Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Jo Leute, und heute kann ich nur eins sagen, also heute habe ich erst, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich habe erst mal auf FNBR nachgesehen und dann habe ich erst so, what? 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 Was ist mit FNBR los? Habe ich gedacht, ist irgendwie FNBR kaputt oder was? Was ist da passiert? Ja, und dann schaue ich tatsächlich, ja, so in den Item Shop rein und denke mir... What? Hä? Warum derselbe Scheiß schon wieder? Also, was heißt derselbe Scheiß? Ich meine, das sind natürlich die geilsten Gleiter, die es gibt im ganzen Spiel, aber das hatte ich doch gestern schon. Ich habe mir einen Fehler in der Matrix. Ist mein Hirn jetzt total verwirrt? Ich meine, ich bin nicht mehr der Jüngste und dann denke ich mir, sind meine letzten Hirnwindungen jetzt total zerstört oder was? Was ist das denn? Das kam in der ganzen Zeit, also seitdem ich die Fortnite Daily Shop Videos mache, noch nie vor, dass der Shop original der gleiche ist wie gestern, wie einen Tag zuvor. Oh, what the fuck? Wo sind die Daily Items? Sind überhaupt nicht geswitcht? Oder habe ich auch was verpasst? Habe ich einen Zeitsprung gemacht? Bin ich... Ich habe keine Ahnung. Also Leute, heute gibt es nichts Neues. Alles beim Alten. Sorry, tut mir leid. Oh, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.